Einer unserer beliebtesten Tempranier als Basis wie und wirklich immer noch, dank einem starken Franken, erstaunlich preiswert, ist der Alidis Tinto, der jetzt sogar neun Monate im Barrick gelagert worden ist, also schon fast eine kleine Kranza ist. Hier kommt man jetzt für das Geld wirklich sehr viel rüber. Das ist ein fruchtbetonter, schöner, süffiger Tempranier. Wenn Sie den auf den Tisch stellen, da ist niemand unglücklich, da sind alle sehr zufrieden. Es ist ein super Trinkfluss, sehr gefällig, wirklich wunderbar ausgefallen. Es war schwierig, jetzt im Ribera del Duero ein Tempranier zu finden zu dem Preis, welches das Niveau erreicht. Fortunato und seine beiden Söhne haben diese ganze Arbeit geleistet.